Ah. Okay, Sender ist auch noch nicht da. Nun hole ich mir einmal kurz die Snacks ab. Alle Level, sehr schön. Oh, da rechts, guckt euch das an. Das ist dieser, ähm, aus Operation Goldfisch, die, die, der Football. Da ist halt, sind halt diese Goldfisch-Dinger drin. Also, nicht Operation Goldfisch, Entschuldigung, aus dem, äh, Muschelchaos, genau. So, dann mache ich jetzt für alle Level an. Ich habe auch echt viele Getränke-Kupons noch. Oh, cool, dann habe ich da zwei, das für das Medfest dann ganz cool am Wochenende. Ja, jetzt müssen wir nur noch auf Sin Rio kurz warten, ne? Jetzt auch noch dieser coole Spind. Ach, guck mal, das haben zwei. Also, die Idee finde ich schon echt geil. Okay, der hat was anderes dran. Der hat die Idee geklaut. Bestimmt ist das wieder von jemand ganz anderem. Sehe ich denn auch den von Sin Rio? Springtrap. Ich bin gerade so im, 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 äh, I've managed at Freddy's Fieber, ne? Also, ich spiele das nicht oder so. Ach stimmt, man kann auch Karten da reinstellen, ne? Ich, äh, sehe das bei... Ist auch cool gemacht. Ich gucke gerade so, äh, Gameplay-Videos dazu. Da ist jetzt nix drin. Besen. So, Let's Plays. Meiner. Ich mag mein Spind, irgendwie. Die ganzen Bücher darin und die Konsolen. Ja gut, die Poster müsste ich vielleicht nochmal anders machen. Die fand ich jetzt doch nicht so doll. Die hab ich ja letztens da rein gemacht. Ich hab übrigens neues, äh, Abzeichen. Hatte ich nicht sogar Silber bekommen? Ne, ich hatte Bronze. Genau, genau von dem, äh, Dingskampf. Teamkampf. Joa. Ich bin Stufe 60. Aber ich kann leider ja nicht jetzt raus, ne? Ballast mal den Raum, das merkt der nicht. So, pst. Ich mach gleich einen neuen Raum auf. Dann gehe ich kurz in den Dekuladen. Ein bisschen Zeit vertrödeln. So, was kriegen wir denn? Hm. Behätschelter Kunstschaffender. Kunstschaffender. Okay. Weiß ja nicht. Ich hab aber leider keine Ausrüstung, die man hier irgendwie nehmen kann oder so zum Leveln. Also, weil das Geld möchte ich ja für die, für die, äh, auf Nullstufung dann eher benutzen. Ja gut, das ist echt viel Geld. Ich weiß, aber trotzdem. Weil die für 30.000, da ist halt nichts dabei, wo ich sagen würde, yo. Und für 10.000 ist auch grad nix dabei. Ne? Was ist überhaupt? Achso, das ist jetzt mit Handdingern, ne? Man kann ja überlegen, ob man mal zu dem anderen, äh, Platz wieder geht. Wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich auch. Weiß gar nicht, warum wir hier eigentlich waren. Achso, wegen dem, äh, Halloween-Splitfest, ne? Das waren wir zuletzt. Und dann haben wir ja noch dazwischen ein bisschen gespielt. Die waren alle kostümiert, ne? Das ist jetzt gar nicht. Jo. Können wir mal das Kartenspiel spielen. Dann seht ihr das auch nochmal ein bisschen. Was wir erwarten erstmal? Äh, dann haben wir mal die Aggro-Quelle. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Eine Zeit habe ich das echt viel auch privat gespielt, weil ich gehofft habe, dass man da viele Sachen bekommt. Aber irgendwie kriegt man da nix. Nur Kacke kriegt man dort. Oh. Warte ich mehr als nötig. Als nötig und möglich. Bitte, bitte, bitte. Ja. Hab schon gewonnen. Wenn der jetzt nix Dummes macht. Ähm, so wie ich gerade. Mhm. Versuche noch ein bisschen hier die, äh, Wogen zu glätten, sag ich mal so. Mal hier so ein bisschen ausmessen. Ja, der hat nur einen Punkt, wo der theoretisch rüberkommen könnte. Da muss ich gleich mal ein bisschen aufpassen. So. Ah, da ist er ja wieder. Ich bin kurz rausgegangen. Ich werde kurz rausgegangen. Ich werde kurz rausgegangen. Ah, gut. Ja. Ja, ich bin kurz rausgegangen und spiel gerade kurz dieses Kartenspiel. Ähm, ja. Komm gleich wieder dazu. Ja, wir sind nur noch sechs Züge. Ja, ja. Ah. Ich leg nochmal kurz das Herz entwick. Ja, mach das. Den kann schon nix mehr legen. Ich liebe es. So verarscht man den Kunden hier, ne? So. Aha. Ah. Aha. Ah. Ja, ich überlege gerade, ob wir bei dem Mode bleiben sollen. Man kann es ja nochmal probieren. Ja, wir können auch was anderes spielen. Wir können ja gerade sogar gewonnen. Wir können auch Matt, äh, Matt One spielen. Wir können auch Matt. Ja, Matt können wir auch. Oh, mir ist das gleich. Wo auf du Lust hast. Gewonnen. Ja, ist das schön. Ich habe immer noch die eine Gruppe auf, da. Jo. Hey, Akku-Qual ist jetzt auf Stufe 3. So. Okay. Ja, ich wollte auch mal kurz zu der anderen Stadt reisen. Mache ich mal kurz. Gut, gut. Mit dem Zugzug. Mh-hmm. So. Also, äh, weiter, äh, Turmkommando? Ja, genau. So, jetzt bin ich wieder, wieder so geil, wenn man die Stadt wechselt, dann ist man aber trotzdem in derselben Lobby. Das war enttäuschend. Äh. Ja. Äh. Äh, ja, ist ja das. Ach so, soll ich bei dir rein joinen? Ja, genau. Okay. Ich habe die Klamotten gar nicht gewechselt, fällt mir gerade ein. Aber ist nicht schlimm. Ja, trete bei. Jetzt kommt wieder, sie haben kein Internet. Doch. Ach so, ich kann ja noch anpassen. Dann mache ich das mal ganz flott. Ja, ich habe für alle Level halt gemacht, ne? Ja, genau. So. Oh, so. Genau, die kann ich anziehen. Ich bin ja jetzt nur hier. Äh, für die kleinen Dinger da. So. Ähm. Hm, 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 hm. Jo. Ja. Schön, schön. Und, wie viel mehr haben sie dort getrunken? Ich bin so aus so einem Satz, wo ich mich heute drüber gewundert habe, so, hä? Das wird ja wahrscheinlich auch nie irgendjemand verstehen. Nee, eigentlich nicht. Ja, genau so wie mit ausrasten. Mal ein bisschen rumwabbeln. Mal ein bisschen rumwabbeln. Mal ein bisschen rumwabbeln. Mal ein bisschen ausrasten. Mal ein bisschen rummetten. Oder, Herr Mathelehrer, Herr Mathelehrer. Das sagen wir ihrer Mutter, Herr Mathelehrer. Ach, die merkt wieder. Ja. Ich hatte auch die Folge mit dem Mann vom Gesundheitsamt. Die war auch gut. Eis? Hier hat es noch nie Eis gegeben. Eis ist ein Gerücht. Weg mit dir, Zombie. Ja, Zombie. Oh, ein Team jetzt schon gestorben, oder was? Okay, auch krass. Aber der andere ist auch tot. Hä? Auch das Bügeleisen hat mich so wandelt. Das ist auch cool. Und durch was bin ich jetzt gestorben? Ich weiß nicht, dass das geht. Hä? Okay. Moment. Kämmt der da? Okay, der spawnt die... Moment. Bist du durch die Curling-Bombe meinst, oder was? Nö, durch das, äh, Dings hier, äh... Ach, diese, diese, diese Trapper da. Ja, jetzt war das Bügeleisen, weil ich mir jetzt nicht sicher. Sehr schön. Weil der eine, der spammt hier die ganze Zeit die, 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 die Curling-Bomben. Kommst du dir? Das ging gar nicht so auf. Wurde aber ehrensache. Als ob jetzt hier alle oben drauf sind, okay. Ja gut, der hat die Nautilus, das geht. Ich hab den mit dem, äh, Staubsauger-Dings sogar gekämpft. Achso, die Gegner. Ich hab den eigentlich, ja. Ja, super. Sweet, sweet. Das ist voll ungewohnt, wenn man einen hat, einen Tank hat, der oben auf den Turm sitzt. Ah, shit. Eins. Lol. Wie lame. Ach! Hm, was ist denn durch? Das gibt ja gar nicht. Das gibt ja gar nicht. Oh, oh, wir haben wieder ein Monster. Oh, oh, oh. Ach, da ist ja gar keiner drauf. Oh, deswegen. Hä? Okay. Ich hatte den scheiß Staubsauger doch an. Wie sollt ihr mich treffen können? Über mich drüber hat er jetzt geschmissen. Ach. Wasche Würfe. Lame. War richtig lame. Gut. Achso, ja, okay. Und jetzt wieder alle sterben? Ja, 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 Hammer. Natürlich, Wahnsinn. Da schließe ich vier gegen drei gerade, da muss man nicht gewinnen. Ne? Hab einen. Jetzt bin ich tot, jetzt müsste das Team was machen. Sehr gut. Einer noch tot, sehr schön. Ja, hat sich erledigt. Sehr gut. Hat sich erledigt. Prost. Die haben ein Schützschild noch aktiviert. Hätte jemand mit reinrennen müssen. Die sind von deren Eins durchgefahren einfach. Jo. Kein Widerstand vom Team. Klasse. Doppel Null. Dann lass mal Revierkampf machen. Das ist mir ein bisschen zu krampfhaft. Okay. Oh, ein oder mehrere Spieler konnten den Kampf nicht fortsetzen. Hatten wir ein Disconnect oder was? Stand bei mir jetzt nicht. Also ich hab's nicht gesehen. Wir können auf jeden Fall rausgehen. Das lohnt sich nicht. Okay. Die gehen. Noch. Für den Rest der Woche. Auf der Arbeit, leider. Hä? Ich hab doch gar keine Deko... Äh, ist egal. So, okay. Ich hol mir noch kurz die Deko-Sachen ab. Hab ja gar keine. Ja, ja. Jetzt lässt du dich aber auch mal metten. Äh, ich meine... Bist du bereit für den letzten Test? Woher hatten wir auch? Okay, Barstopp. Jetzt lässt du dich aber auch mal disconnecten. Ja, ja. Okay, normaler Modus. Ja, dann kann ich da ja ein bisschen experimentell wieder werden. Äh. Ich nehm... Hast du einen Raum aufmachen oder so? Ich mache. Äh, mach du, weil ich wollte eh jetzt kurz die Waffe wechseln. Okay. Ich nehme... Eis am Stiel. Das Eintauchen war ein bisschen ungenau. Aber diese Form, perfekt. Was sagt Schokoproll? Wir sind noch lange nicht fertig. Das glaubst du, wir sind noch lange nicht fertig. So, lieber Dr. Wir sind noch lange nicht fertig. Schokoproll. Ich denke, was rennst du denn da rum oder hast du den Hammer? Ah, tatsächlich. Unser Minigun-Team-Kollege ist disconnected. Oh. Oh. Ich weiß echt gerne, wie viele Kills der hat. Wenn er da ganz oben ist und so wenig Punkte. Ja, okay. Der kann auch ganz oben sein, weil er am längsten auf dem Turm war. Da kriegst du ja auch so ein Goldabzeichen am Ende. Oh ja, das hat er ganz okay gemacht. Okay. 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 Ich hab' ich die Tage so viel geguckt zum Einschlafen und dann wurde ich irgendwann wahnsinnig davon. Ganz einfach. Nein. Ah, ah, ah. Oh, oh. Was? Der Kleckser schießt einfach voller Mehl vorbei und er killt mich, wie er nicht den Hammer nutzt. Ja. Hattet ihr das etwa für ein Problem? Das ist etwa für eine Meldwurst? Ist ein Rumbabbel? Nee, keine Zeit, oder? Kugelchen? Nee, nee, nee. Bin wieder alles umbärm. Oh, schöne Farben. Nein. Ah, ich dachte, die Regenwolke gibt den Rest. Cool. Ich hab ihn erwischt, ohne dabei, dass die Käse wäre hier und stecks. Oh, lol, der ist schon tot. Ja, lol. Oh, tschüss mal. Ah, wo kommt's er denn her? Huh? Huh? Ich sollte nicht nach unten gehen. Wenn Peter seinen Schabernack treibt. Ey, Disco-Met. Vor den Gegner. Ey, das sehe ich. Tatsächlich. Joa, die Leute trotzdem jetzt verlieren. Da, wenn wir der Bass wieder so schlecht spielt. Oh, hab den Bogen-Typ. Soll die Fresse halt nach oben, wo Lappen? Ach, killt ihn doch bitte. Dein bitte. Huh? Okay. Da dachte ich, ich hätte ihn zweimal getroffen. Gibt's auch irgendein Programm ohne Disconnect? Hab ihn. Und nun die Weltmeisterschaften im Metten. Ja! Wenn sie über das Disconnect sich gegeneinander boxen. Die Folge hab ich auch gesehen. Und ich stell mir vor, eine Glotze. Oh, da ist sie. Darf ich sie haben? Darf ich sie haben, bitte? Na klar, mein Freund. Oh, Junge, Junge. Ne Menge Metter, Met. Ne Menge Met. Was sagst du ja noch? Ne Menge Met. Werden alle Wünsche wahr. Ein Metbrötchen. Ha! Ein Seestirn. Oh, so. Ja, der Seestirn stört, aber nachher. Eine Mettwurst? Patrick, du isst bereits ne Mettwurst. Na, siehst du, wie gut das klappt? Hey, denkst du aber, du stehst über mir. Joa, die haben uns schön nochmal eingenommen. Joa, noch was verloren, weil... ...wenn halt keine Teammates das Spiel ernst sind, mein Gott. Nein. Ach, nein. Ah, ist in Rio. Braucht doch noch keiner. Hm. Dann spielt mal weiter mein, äh... ...Fastor und mein... ...Mettfest-Shirt. Ja. Ich weiß, ich glaube, ich level das auch erst am Mettfest. Also du meintest, du kannst wahrscheinlich am Sonntag, ne? Ja, also Samstag, äh... ...wenn ich jetzt mal so schätzen, könnte ich so von, keine Ahnung, so 15 bis 17 Uhr vielleicht. Oh. Also ich bin das Wochenende frei und ich will auch nicht weg am Wochenende. Am Sonntag, da, äh, sind wir schwarzlicht-minigolfen mit, äh, Family, beziehungsweise, äh, Bruder, seine Freundin, äh, mein Mädchen, ich, äh, und... ...ja, meine Eltern. Ja, cool. Oh! Hast du das gesehen? Ich hab nur gesehen, dass er gestorben ist. Ja, weil ich mit, zweimal mit den, äh, Quare-Dingern dahin geschossen hab und der andere auch noch drauf. Das hat ordentlich Damage gemacht. Vielleicht ist er noch mit? Anscheinend. Also der andere hat hier halt auch nochmal, aber das ist halt, ich hab ja zweimal im Prinzip jemanden... Das macht ja, wenn ich den Quare treffe, so viel Schaden, äh, dass ich einen killen kann. Ich denk mal, das war ganz gut. Vielleicht war noch ein dritter Invol... wird, wer weiß. Ah. Ja, wie gesagt, ich bin das Wochenende komplett hier, deswegen, äh, außer irgendwie spontan ist was, aber ich muss sagen, ich hab diese Woche echt keine Lust wegzugehen. Und wer weiß, wie es mir halt am Wochenende auch geht, jetzt, wenn heute schon so ein bisschen äh ist. Erstmal morgen den Arzttermin fertig kriegen. Ja. Boah, ich will den ganzen Tag mit Brötchen essen, die waren so guuuuut. Oh, hab ihn. Glück. Super. Dass ich den auch gut kriegte. Ich dachte, ich hätt ihn. Manchmal hat man ja Glück, wenn man den, äh, zweimal trifft, aber manchmal auch nicht. Nachkrank. Nachkrank. Das ist nacker, du. Highspot, der Typ. Wieder wie, ihr Bot. Schnappst du damit auch noch, ey? Danke. Der Team mit dem High. Und auch meine Granate, vollkommen random. Und nur ein erwischt. Ach. Das ist Drecksgeschmissen. Ah. Ah, richtig. Ich tückte mal an Worte. Ja, wir haben verloren. Wieder Outplay. Sollen sich die Gegner doch metten. Mein Gegner war der Tod. Ja, das bringt nix. Na, bin noch ein bisschen außen herum zu den Gegnern durchge... Ja, na... Win. Boah, lol, doch nicht. Und dann auch noch so eindeutig, wie schlecht einfach. Das waren drei Gegner, die letzten zehn Sekunden tot. Da weißt du schon, wer das Team gemacht hat. Nix. Ja, wäre ich bei dem einen nicht gestorben, sondern außen rumgegangen, wäre besser gewesen, aber... Weil ich glaube, das hätte es eh nicht mehr gezogen. Gibt ja nur zwei andere Teemates, aber... Boah. Ja, ich habe auch gut Punkte gemacht. Vielleicht nicht gut Kills, aber gut Punkte. Höh! Oder einer auch. Nöh. Weil es dann Rio komplett um Ausrasten... Ja, klar. Oh, lausend der Entfernung macht das ja echt nicht nur Schaden. Wow. Unser Elita. Ein Kill als Sniper und 800 Punkte. Meine Fresse. Wir kaufen sich ja unterm Wert hier. Dank. Wir kaufen sich unterm Wert. Ja, ich merke gerade, der Roller, der ist doch nicht so konzentriert, wie ich dachte. Dann war das vorhin doch wohl mehr Glück mit dem anderen. Da, wo wir die cool-cool ausgeschaltet haben. Ja, vielleicht hätte der Elita voll aufgeladen oder drauf geschossen oder so. Weil wenn, dann macht das Ding ja auch übelst viel Schaden, aber... So ist... Ich sage ja immer wenn. Junge, du siehst, ich laufe hier lang. Also nicht du, der andere hinter mir gerade. Sondern es ist der Breit-Loller. Wow, der hat im letzten Moment den Schirm aufgemacht. Ich habe ihn trotzdem erwischt. Oh. Der ist halt hier wieder peer-to-peer, ne? Wahrscheinlich hat er sich das schon längst aufgehobt, aber naja. Ne, war alles okay so. Aber wenn ich mich gerade mit dem anderen ein bisschen gebattelt habe. Oh! Der hat gerade den Hammer aufgemacht und ich habe ihn erledigt. Kannst du auch spielen, mein Freund? Was macht der da? Achso. Hinteraufgaben. Hä, wie wenig hast du auf den geschossen? Der hat ja gar keinen... Na gut. Na gut. Na gut. Dann eben nicht. Danke. Der Pott hat mich wieder gesehen. Direkt den Schirm kaputt geworfen mit der Bombe. Sehr schön. Von hinten, von hinten. Ach nee, du bist das bisher gegangen. Da ist er in der Lübe. Da ist er in der Lübe. Hä? Das hab ich schnell da hochgesprungen. Alter, was diese Schweiß-Watch wir da immer für ein Dreckslack haben, das hätte ich auch gerne mal. Als ich warte und warte und warte mit dem Ulti-Einsatz kaum aktiviere ich die, schon steht eine Ecke neben mir. Ja, der mit dem Klecksroller darf auch sterben. Nö. Entweder sterben wir gleichzeitig oder gar nicht. Na, dem ordentlich aber auch da eingenommen. So, letzten 10 Sekunden, Team, bitte nichts machen. Zwei schon tot, sehr gut. Ja, geil. Der Hai, oh Pai. Und der Tool hittet mich noch. Der kleine Hurensohn. Ja, perfekt. Sehr gut. Läuft. Lass mal Simon probieren. Das wird mir ein bisschen zu traurig hier. Ja. So. Ich will nur einmal kurz die Statistik von den Teammates sehen. Der eine 600 Punkte schmeckt. Ja. Und der eine soll angeblich 1300 haben. Wo hat der das gefärbt? Bei seiner Oma oder was? Die Ulti hab ich gemerkt, aber... Obwohl... Mit dem Punkt hättet ihr die auch öfters zünden können. Keine Ahnung. Ich hab mich irgendwie immer im Zweikampf gesehen. Immer. Ach so, hab ja gar nicht genug Sachen gekriegt. Ja, hoffnungslos. Einfach hoffnungslos. Mettiglos. Mettiglos. Na gut. Was haben wir denn? Ach so. Das funktioniert. Joa. Auf! chyba gu faj�. Ich hab ich genauso. Bei dir noch mal gewe. Bei dir. Einfach hoffnungslos. Los هood. Ich hab miche. Was macht hier und 앉 Fert? Untertitelung des ZDF, 2020